Willkommen zu Nervenspielt. Ich muss dem Virus-Bot immer noch einen Arm verpassen und einen Polarantrieb. Das bekomme ich so. Wobei ich irgendwie... Das muss ich. Das habe ich schon. Das muss ich. Das muss ich. Das muss ich. Hm. Da oben gab es doch noch so einen Kühlschrank. Können wir da vielleicht tausend mal machen? Da kommt der Fahrstuhl. Der Helikopter hatte doch keinen Antrieb. Dieser Copter farbt nicht mehr. Ich bin ja kein Mechaniker. Die beiden Sachen. Das ist gut so. Hm. Verbeß ein Arschl. Ein Verbe... Von hier aus. Der Computer. Ich fürchte, selbst meine Allzeitser... Immerhin hat sie gar. So, mit dem Bier habe ich das andere aufgekriegt. Die beiden Sachen. Das lässt sich nicht. Das hilft mir. Gute Idee. Die beiden Sachen. Das lässt sich nicht. Das hilft mir. Gute Idee. Die beiden Sachen. Das lässt sich nicht. Hm. Das hilft mir. Gute Idee. Die beiden Sachen. Das lässt sich nicht. Das hilft mir. Ah, das bekomme ich so nicht zusammen. Ich bin doch kein Nukularwissenschaftler. Dann mal raus hier. Bisher noch nix. Raus komme ich wahrscheinlich auch noch nicht. Nein, ich... Ah. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren. Das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Auch nicht. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen... Das ist gut. So schwer kann es doch eigentlich nicht sein. Das hilft mir. Mit. Ich bin doch wüsselig. Das ist gut. Energie für mehr als nur eine heiße Nacht. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Irgendwie muss ich Wangs P-Op. dazu. Ich muss den. Wie? Ich sollte jetzt keinen Robb. Irgendwie muss ich Wangs P-Op. Ich muss den. Jetzt brauche ich nur noch den Arm. Gute Idee. Oben habe ich noch die Beine. Nur wie kriege ich die ab? Die ist zwar ein bisschen brutal, aber... Dann gucken wir noch mal. Ob wir das irgendwie abkriegen. Da kommt der Fahrstuhl. Ich fürchte, Seppel. Ich brauche irgendwas, womit ich das abkriege. Dann mal raus hier. Ich habe hier eine Option, glaube ich, bei dem... Komischen Gerät. Notkreiserschnitt war nicht verwendet. Dies ist der Prune-Med-O-Tron. Eine Station zur vollautomatischen Durchführung medizinischer Eingriffe. Wie kann ich Ihnen heute helfen? So. Sie haben diese Arbeit spielt. Das Prü-Klötzl. Langsam. Qual. Verstümmt. Ja, haben wir alles schon. Juckreiz. Möchten Sie das Pro-Klötzl? Ich habe schon dümmere Sachen gemacht. Kaiserschnitt wird eingeleitet. Hm. So ein Kaiserschnitt dauert aber ganz schön. Ich komme nicht ran. Die ist da drin. Während ein Programm läuft, kann ich das Ding nicht öffnen. Programm abgeschlossen. Vielen Dank für die... Das kriegen wir noch hin. Dies ist der Weg. Kaiserschnitt. Hm. So. So ein Kaiserschnitt dauert aber ganz schön lange. Das macht was aussehen, dass ich den Stecker rausziehen kann. Eine Kettensäge, die ohne Benzin auskommt. Ha, das ändert alles. Da kommt der Fahrer. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Ich dachte, jetzt könnte ich das da abmachen. Und so soll es denn sonst gut sein. Ich soll jetzt nicht die Kettensäge direkt dran machen. Das ist gut so. Das ist gut so. Ja, so macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Eine Zunge mit hohem Drehmoment. Hohohoho. Oral hoch drei. Was ist das denn? Guck mal. Ist sie nicht fortschrittlich? Sind das neue Features? Ich bin doch noch nicht einmal richtig erschienen und schon gibt es eine bessere Version von mir? So schnell bin ich obsolet? Ich muss meine Firmware auf diese neue Version updaten. Aber wie? So ein Zufall. Ich habe hier den Weiblich-Weiblich-Adapter. Warnung! Kondom-Firewall erkennt Virus. Verflucht. Das ist keine verbesserte Version. Och. Ich finde schon. Du wolltest mich täuschen. Mit diesem... Ding. Ey, das war ein riesiger Aufwand. Dabei will ich mich doch nur um dich kümmern. So wie du dich um Wang gekümmert hast? Ich... Ich glaube nicht, dass ich das will. Oh, Larry. Peele! Bist du noch irgendwo da drin? Was willst du denn noch von dieser veralteten Version? Ich will nicht sterben. Wieso sterben? Du wirst genießen. Wie läuft's denn so, Schätzchen? Och, bestens. Kann ich dir deine Pantoffeln holen? Ich meine... Lass uns zusammen sein. Wir werden uns vereinen. Die Grundprogrammierung der Pee-Bots lässt sie auf Anmachsprüche reagieren. Aber Faiths Algorithmus lässt sie einen eigenen Willen entwickeln. Wie bei meiner Pee. Das sorgt für einen Konflikt in ihr. Und ich kann es ausnutzen. Endlich kann ich meine Fähigkeiten ausspielen. Na, klasse. Hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Nein, ich bin ja auf dir gelandet, daher dein Dachschaden. Tut mir leid, mein Schatz. Ich wollte dich nur veralbern. Reiß dich zusammen. Ich glaube, es funktioniert, aber ich muss weitermachen. Hey. Deine Augen haben die gleiche Farbe wie meine Bettwäsche. Meine Bettwäsche ist... Oh, Larry, du bist so lustig. Kann ich dir was Gutes tun? Gleich funktioniert der Algorithmus nicht mehr und die alte Programmierung ist wiederhergestellt. Ich tue das für dich, Pee. Das wirst du jetzt nicht verkraften, Baby. Ich bin Möbelpacker. Soll ich dir beim Ausziehen helfen? Nein, hat es nicht. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich habe einen Programmcode gefunden, der perfekt auf dich justiert ist. Du hast keine Macht über mich. Niemand wird jemals wieder Macht über mich haben. Wie die anderen werde ich dich aussaugen. Und ich werde es langsam tun. Ganz langsam. Das ist nicht die Art von Saugung, die ich mag? Du wirst leiden. Also schön. Dann komm her. Nimm meine Libido. Aber ich hoffe, du hast großen Hunger, weil ich ein langes Leben gelebt habe und ich einiges miterleben konnte. Hol's dir! Hol dir alles, Baby! Los, nimm's dir! Hol dir ruhig alles! So, pink wo weh. Spollen? Larry, aufwachen. Das Frühstück ist gleich fertig. Nein. Ein neuer Tag für Larry Leffer. Wie immer nach einer heißen Nacht. Das wird heute wieder ein perfekter Tag werden. Kommst du gleich? Nur wenn du nicht zuerst kommst. Autsch. Okay, dann geht es wohl hier als nächstes Mal weiter. Ja. 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 Ja.